Musik Wir kommen von Pichy von der Reitdäume. Ich bin aus Obdach. Musik Rund 400 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark haben vor kurzem den Weg nach Obdach gefunden, um bei den steirischen Landesschul-Skimeisterschaften mit dabei zu sein. Trotz des schwierigen Winters gelang es den Verantwortlichen des SC Obdach, ein faires Rennen mit gleichmäßigen Bedingungen für alle Starter zu schaffen. Doch wie gelingt denn so ein Renntag am besten? In dem, dass man mal eine super Gruppe hat, die was arbeiten, vom Zeitnehmer bis zum Rutscher, da weiß jeder was zu tun ist, sitzt jeder Handgriff, also wir sind ein gutes Team. Viele begeisterte Kinder und Jugendliche säumten den Kalchberghang und jeder hat vor dem Start so sein eigenes Ritual, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Die Kids zeigten sich vom Hang begeistert und die Erwartungen warten groß. Vollgas! Ja, nicht rein in einer. Ein Protestplatz. Gibt es ein Vorbild? Ja, Anna Fenninger, Elisabeth Görl. Machst du schon mal professionell Skifahren dann? Ja, schon. Wie ist es denn dir gegangen beim Rennen? Gut. Was bist du denn geworden? Dritter. Bist du zufrieden mit dieser Platzierung? Ja. Warum fahrt ihr jetzt eigentlich Ski? Was gefällt euch so gut dran? Weil man schnell fahren kann, hupfen und so. Entgegen allen Diskussionen, Kinder würden nicht mehr Skifahren, bewies dieses Rennen mit knapp 400 Startern das Gegenteil. Stark vertreten waren natürlich auch die Schülerinnen und Schüler der Volksschule und Neuen Mittelschule Obdach. Wir versuchen natürlich in Obdach die alte Tradition des Skilaufens hochzuhalten. Wir sind ja auch regionales Leistungszentrum für Skialpin. Wir versuchen bereits in der Volksschule die Schülerinnen und Schüler zum Skifahren zu animieren. Und wir haben hier in Obdach die besten Bedingungen. Das heißt, wir gehen zu Fuß von unserer Schule zum Hang her, machen zwei, drei Stunden Skilauf, alpinen Skirennlauf, freien Skilauf und gehen dann wieder in den Unterricht. Also Bedingungen, die ideal sind. Einmal mehr bewiesen, dass Team des Skilift Obdach und des SC Obdach das Rennen hier perfekt durchgeführt werden.